Hey Leute, ich bin's wieder im Samus Johnson. Wie ihr seht bin ich hier zu Hause draußen und so weiter. Jetzt bin ich hier im Starbucks angekommen. Da es Essen, Trinken gibt und WLAN. Und hier erstmal das Restaurant von außen, dann auch von Ende, damit das klar ist. So, das will ich hier zeigen. Damit man halt auch richtig sieht. Jep. Okay. Dann bin ich am Laptop, in verschiedenen Apps, Serien, Filme schauen, googeln und spielen. Und Essen, Trinken, das war's. Dann bin ich wieder zu Hause. Dann bin wir draußen zu Hause. Da bin ich am Western. Dann bin ichadores. Aber das war es vielleicht schon wieder zu Hause. Und dann...